so diese kombination gerade beine breit na dann auf 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3 1 2 3 2 3 4 5 7 7 8 8 9 9 9 9 9 9 10 Diese Vorstellung gerade, dass du das Headset auf die Stur genommen hast, du sagst, wenn es noch länger dauert. Es kommt davon, wenn man so viel mit André rumhängt. Dann lernt man nämlich fließend Bullshit. Hehehehe. Was sagt? Ob im Deathmatch was? Gegner zu töten. Ja. Ja. Ja, von ganz herz lange her. Die Farben passen auch gut zu ihm. Einfach so. Der Kaffee ist nicht so der düstere Typ. Nee. Verdammt. 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 Ich brauchte ja die Tür. Ja, das ist gut. Also, falls ihr es gerade gesehen habt, das ist alles gut, ich nehme das jetzt einfach mal als Touché von letztens, wo ich dich erschrocken habe. Das ist gut. Das ist gut. Das ist gut. Markus, Osa. Sie habe ich gemessert vorher. Ja. wie sie beide die treppe runterflüssen das hat geiler lecker zwei mann weg von der treppe zwei mann weg von der messen alle drei von der drei ach die scheiß rosa die hoffte ein messer weiße schrift und weiße wand ist halt nicht so geil macht sich nicht so sexy radio die hat es mit dem messer heute ja ja die hat mich jetzt schon zum zweitmal weggeholt usa war das nicht er sie da kommt das so mit dem stecher eigentlich ganz gut er war flachig weil ich habe der für das kann doch nicht sein rosa kommt die treppe hoch hat sie es versuchen und mich nicht kriegen die sie es versuchen und mich nicht kriegen die europäische Lade neues Magazin! 30 Sekunden. Ich lade nach! Oh, sorry. Ach, Mann. Oh, macht Spaß. Ach, Mann, Nomad. Ein bisschen verzogen. Naja, schon fehlt's, Mann. Die Neider sagen leider. Ja, Spaß, wenn man das mit Tüter herkommt. Nein, der ist mit Tüter herwerfen. Ja, zum Waren werden, ne? Käfer ist doch eigentlich immer warm genug. Ich weiß warum genug, aber ich trotzdem Nummer eins kann. Und dann gehen wir auf Bumbe. Ja, ja, ja. Ich spiele jetzt mit dem... Ja, ich spiele noch mal sie. Ne? Genau, genau. Oh, dieser Hand financial drink ist einfach der Beste. Ist der Beste. Deswegen fliegst du auch so, oder? Nein, nein. Nächste Woche wird's doch gut. Ja, nur noch zwei Tage und dann... Ach, die Treppending da. Was ist ja schön war. Die feiern die Map bis zum Reion. Was? Ich spiele was? Warum? Weil man so rum 4 von 10.000 drauf ist. Komm. Ich geh nicht drauf kommen. Ja. War das Sie, Käf? Hä? War das Sie? Ja. Ja. Ich weiß doch nicht, wie wir sonst noch so abhängen. Ich bin grad nicht allein, nein. Also zumindest hier im Raum. Nee, geht's auch nicht. Ja, dann... Sie sagen ja alle guten Abend. Mich kennt sie ja. Ja, Hilfe. Alter, irgendwas kommt schon wieder. Wow. Da kann man so... Der zweite dahinter, den hab ich nicht gesehen, den Jäger. Den ersten kam ich noch gekriegt, aber den zweiten nicht. Schlimmste, ich höre wieder mal überall Schritte. Oh Alter. Ach. Scheiß Jäger, komm wieder. Wie sie mir in die Arme lief. Mach doch nicht diesen. Das müsste der Jäger gewesen sein. Dafür hab ich einen Assist gerade gekriegt. Mach doch nicht diesen, Junge. Mach doch nicht den. Was ist das? Was höre ich? Da bist du. Beide direkt ütlande. Jawoll. Toll schön der jetzt. Na rechts könnte was sein, aber auch was. Vorsicht. Mist. Dafür hat das Leben nicht mehr ausgereicht, hat ja nur noch sieben Punkte. Ach, geh mir nicht auf den Sack ey. Ich treffe dir nicht. Jawoll, danke schön. Der wollte gerade, glaube ich, in meine Richtung. Dachte ich mir auch gerade eben, dass ich den einfach so verzogen habe. Wieso von mir wegrennen immer. Was machen sie denn? Gucken alle in die falsche Richtung. Ich lade nach. Moin. Ey. Mein Ehre ist aber wohl wieder drin. Ich lade dich, ey. Mann. 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 ein um sicherlich jetzt da weg ich finde es geil weil sie wieder die magazine wechselt wieder so locker aus handgelenkt macht ich liebe diese animation gerade ist das war die die war hat noch viel mehr noch als 6 punkte man zweiter zum schluss zum schluss noch mal zu viel gestorben jacob marco ist ein bisschen aus der konkurrenz aber so dann schon jetzt vom bäber zum schluss